Papadapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Geschenk, aber nicht für Englisch. Nein, nein, das ist gar nie etwas von der Frieda mitgenommen. Die Frieda wünscht sich allem allerhand zu essen. Und jetzt ist der Rucksack halt schwer, dass er warmer genug hat, weil die Frieda braucht es ja, dass er warm bleibt über den Winter, gell? Aber ich wünsche Englisch, Wattner, alles Gute, schöner Feiertag, gell? Und ich werde mich auch heim machen. Dann werde ich ein bisschen Fernsehen reinschalten, den Eventkalender von WattensTV anschauen. Wir sind am schöner Geschick da drin und nachher machen wir es uns gemütlich, schöne Feiertag, Essen, etwas trinken und gut in den neuen Jahren gerutschen. Fertig. Asper. Heula, grüß, denk. Drin von Ulten komm ich her, es weihnachtet schon sehr. Warte, warte mal. Können Sie mal noch kommen? Es weihnacht. Heula, grüß, denk. Heula, grüß, denk. Heula, grüß, Denk, vom Ulten komm ich her, es weihnachtet schon sehr. Rucksack voll Geschenk, aber nicht für Eng. Nein, nein, da isch leider etwas zum Essen drin, da isch ein Jausendrin für die Knutten Frieda. Die krieg alle Jahre etwas zu Weihnachten von mir und der wieg schon ein paar Kilo, weil er schwer ist, weil die Frieda, gell? Ja, und da werd ich den jetzt anladen. Dann geh heim, mach mir's gemütlich und freu mich schon auf den schönen Feiertag. Das war ein Fingerkopf. Gut.